Musik Wir stehen hier vor der Schneekugel im Historischen Museum Frankfurt. Es ist wahrscheinlich die größte der Welt und es ist sicher die einzige in einem Museum. Schneekugeln sind Erinnerungsobjekte. Die kauft man sich auf Reisen, wenn man in einer Stadt war. Und diese Schneekugel unterscheidet sich aber von all den anderen, die es gibt auf der Welt. Frankfurt ist eine vielseitige Stadt. Deshalb gibt es in unserer Schneekugel nicht nur ein Modell, sondern gleich acht. Jedes von einem international bekannten Künstler gestaltet. Die Schneekugel kann man schon vom Museumsplatz aussehen. Da steht ein großes Periskop aus Messing und durch die Spiegel kann man von oben hier runter schauen und die Besucher schon sehen, wie sie die Schneekugel bewundern und betrachten. Man sieht aber auch den Roboter und die Mechanik der Schneekugel. Unsere BesucherInnen haben viel Spaß daran, die Modelle von unten aus dem Keller hier hochfahren zu lassen. Es ist im Grunde im Keller unter mir wie eine Jukebox. Da stehen acht Disks, acht Platten. Auf einem Touchpad können Sie eins von den acht Modellen auswählen und dann greift ein Roboter eines der Modelle und fördert es hier hoch. Was ich an der Schneekugel besonders mag, ist, dass die Modelle so unterschiedlich sind. Jedes trägt eine eigene künstlerische Handschrift und zeigt eine Facette unserer Stadt. Das sind mal bekanntere Seiten von Frankfurt, wie zum Beispiel die Stadt als internationaler Verkehrsknotenpunkt, als Finanz- und Börsenplatz oder auch als Bücherstadt. Aber es sind auch Modelle, die wenige offensichtliche Seiten von Frankfurt zeigen, wie zum Beispiel die Stadt als Industriestadt, als heimliche Hauptstadt oder als jüdische Stadt. Mein Lieblingsmodell ist Frankfurt als Geldstadt. Der Berliner Künstler Jakob Michael Birn hat es gestaltet. Es ist eine große Pollage aus allen Hochhausfassaden, die es in Frankfurt so gibt, in einem einzigen Turm. Das ist so ein bisschen wie der Turm zu Babel von Beugel. Und darauf ist nicht nur die moderne Geldstadt Frankfurt, sondern sind auch die Anfänge des Finanzplatzes zu sehen. Was ich an allen Modellen liebe, ist ihr Detailreichtum. In jedem Modell gibt es eine Vielzahl von Hinweisen und Anspielungen. Den Frankfurterinnen macht es sehr viel Spaß, sie zu entdecken. Und diejenigen, die Frankfurt noch nicht so gut kennen, die finden dann später in den Dauerausstellungen das eine oder andere Detail wieder und verstehen dann auch den Sinn und die Geschichte dahinter. Unsere Schneekugel ist der beste Auftakt für den Besuch dieser Stadt. Auch für Frankfurterinnen, die ihre Gäste hierher führen und ihnen erklären wollen, wie vielfältig Frankfurt ist. Zugleich ist es der Auftakt für den Besuch des Historischen Museums. Hier lassen sich schon ganz viele der Facetten, die in der Ausstellung hier gezeigt werden, wiederfinden. Bis Ende Verfügung. Abonnieren Sie die Fokus. Ich gehe nur auf Jahrzehnte, einen demasiado zur速men Godfl 건�auft. Ich gehe auch nicht einfach unter anderem zur oder anderen Guerin, wenn Fifada demons krecken soll! Wir haben Aunque das Phone-T longtemps不好 잘못 managers erwartiert und einfach nie.